Wie das Buch entstanden ist, ich war mit einem Freund unterwegs und er hat mir erzählt, was er für Probleme in seiner Beziehung hat und alles drum und dran. Da habe ich gesagt, hey, ihr habt doch eine tolle Beziehung, zwei super Kinder, mach doch mal einen magischen Moment für deine Frau. Da sagt doch der zu mir, was ist ein magischer Moment? Da habe ich gesagt, Mensch, Blumen kaufen, essen gehen, Kino oder so. Und dann kam der und sagt, er hat keinerlei Ideen, keine Ideen. Da habe ich gesagt, du, pass auf, ich bin in dem Network Marketing gekannt, hunderte von Frauen. Ich schreibe mal ein paar an und frage mal, was ist für dich ein magischer Moment? Und da haben so viele Frauen zurückgeschrieben. Das war so toll. Da habe ich gedacht, Mensch, das Kind, das packe ich in ein Buch zusammen und verkaufe es. Und ich habe schon ein paar tausend verkauft. Vor zehn Jahren habe ich es gemacht und jetzt kamen wieder Leute nach der ganzen Krise, da war Abstand, Beziehungen und alles. Schreib doch nochmal das Buch oder setz das nochmal neu auf. Das war so toll und hier ist es.